Was für ein Star-Aufgebot! Wir sind auf der Fashion Week in Berlin für Web Channel TV und ich bin jetzt mal gespannt, wen wir hier alle treffen. Ich mache mich jetzt mal für euch auf den Weg. Was erwartest du von dem Abend? Ich erwarte mir natürlich einen bombastischen, geilen Abend mit schöner Mode, gutem Essen, aber da gibt es ja gar nichts, aber gute Getränke. Ne, Fashion. Fashion ist an erster Stelle, meine Schwester ist hier, ich bin überglücklich und ja, super. Hast du Fashion-Tipps? Ja, Jeans, Tanktop, Turnschuhe. Also zieht an, worin ihr euch wohlfühlt, würde ich sagen. Ich persönlich bin mehr der schlichte Typ, mag nicht so dieses übertriebene Farbenspiel, stehe mehr auf legere Sachen. Aber ich sage immer, du musst das finden, was du deinen Typ hast und das musst du auch vertreten und dazu stehen, egal ob es andere mögen oder nicht. Das ist der einzige Tipp und wahrscheinlich der beste Tipp, den ich geben kann. Was sind deine nächsten Projekte in Österreich als auch Deutschland? Ich drehe zur Zeit in München. Ich habe einige Drehs für diverse TV-Produktionen, meine eine Show, dann auch Film, Fernsehen, Krimi. Ich habe jetzt zwei Krimis gedreht, also es läuft. Super, gratuliere. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020